Mit Gina Niemeyer. Hallo und herzlich willkommen. Ja, so ein gemeinsamer Effekt des ÖPNV-Streiks und von Fridays for Future drängt sich auch dem Laien auf. Es geht nicht so gut voran auf den Straßen. Heute aber nicht, weil sich Aktivisten irgendwo festgeklebt haben, sondern weil die Busse und Bahnen nicht fuhren. Die Verdi-Mitglieder, die streiken für bessere Arbeitsbedingungen und damit auch für den Klimaschutz, sagt Fridays for Future. Vielen Dank Riem und Happy Birthday Pina Bausch Gesamtschule. Laut aktuellen Prognosen schrumpft die Evangelische Kirche in Wuppertal. Von knapp 80.000 Mitgliedern aktuell wird die Zahl bis 2030 voraussichtlich auf 60.000 zurückgehen. Das sind die künftige Chefin und der jetzige Chef der Feuerwehr Remscheid, Katharina Kluge, wird in genau einem Jahr hier die Führung übernehmen, wenn Guido Oljordan pensioniert wird. Und es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Personalie, das ist immer noch was Besonderes. Denn Remscheid ist nach Dormhagen dann erst die zweite Feuerwehr in NRW unter weiblicher Leitung. Wir begleiten die erfolgreiche Feuerwehrfrau schon eine ganze Weile und haben sie in den vergangenen Jahren immer wieder auf der Wache in Remscheid besucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.